So, da bin ich zurück wieder mit einem kleinen Infovideo auf Twitter. Ach, auf Twitter ist das schon auf Twitter. Es wird zur Zeit so viel gepostet, ey, das ist krank, was da alles so durchsickert. Also, kurz weg, ich zeige euch mal gerade das Bild. Zack. Wir konnten eben ganz kurz, ganz, ganz kurz, war es oben rechts eingeblendet, dass wir uns jetzt wieder für eine Waffe entscheiden sollen. Entweder die MK7 oder das Kampfsturmgewehr sollen dafür abstimmen, so wie der Krieg halt jetzt weitergeht zwischen den Fraktionen. Und komischerweise, auf einmal, ich bin nur in eine Solorunde reingegangen und das Bild war weg. Man konnte auch nirgendwo abstimmen. Aber wie gesagt, achtet drauf, dass wir demnächst wohl jetzt wieder abstimmen können, ob wir die MK7 drin behalten wollen oder das Kampfsturmgewehr. Nur eine kleine Info am Rande. Ich weiß nicht, vielleicht hat es der eine oder andere mitbekommen. Es war nämlich ganz oben rechts kurz angezeigt. Ich kann es mir mal gerade zeigen. Zack, zack, zack. Hier oben rechts. Da war es ganz kurz als Info drin. Bin in eine Runde reingegangen, wollte nur gucken, wo kann man abstimmen, weil ich hätte für die MK7 abgestimmt. Und bin wieder rausgegangen. Es war nichts da. Die Einblendung war auch weg. Also haltet da die Augen offen. Sobald wir abstimmen können, stimmt für eure Lieblingswaffe ab. Und in dem Sinne, haut rein.